Wenn eine Rebe so alt ist, dass sie nur noch eine Fruchtrute trägt, weil die anderen abgestorben sind, dann wird die ganze Kraft der Rebe in diese eine Rute gebündelt. Bei Darenbergs Dead Arm Shiraz handelt es sich um einen Wein von solchen Reben. Diese komplette Kraft mit der extrem dichten Frucht überträgt sich dann auch genau so in den Wein. Der hat dadurch eine enorme Konzentration, viel samtenes Tannin und eine mineralische Kühle. Ein wirklich beeindruckender Tropfen.